2,2 Millionen Geistes Ding Kleine Info dazu Ich habe Knossi ja bei dem Prescreening whatever im YouTube Space in Berlin gesehen und getroffen Warte, das können wir mal ganz kurz noch Instagram Hier Da habe ich ihn getroffen Haben noch kurz ein bisschen gequatscht Mega, ich bin ihm jetzt nicht mega auf den Sagen gegangen Wir haben ein bisschen erzählt, ein bisschen rumgechillt und so weiter Mega netter, lustiger, sympathischer Typ Und das, was ich mitbekommen und gesehen habe halt einfach eins zu eins so wie er ist, so wie er rüberkommt ist halt auch in echt Gehen wir uns hin Einen Sinn Champion, der ihn schon gesehen hat oder gehört hat, zwei wer noch gar nicht kennt Was, was mich richtig wegballert, Papa Alge! Nein, Spaß Okay Oh, einige, die ihn noch nicht gehört haben Ich kenne noch nicht Echt nicht? Das ist Alge Not everybody Das kann ich aussprechen Nein Willst du mich vergiften oder was? Gleich verliehen Trink Hau, Hau, Brennen, Kopf Warte, Stopp, Stopp, Camps aus So Okay Leute, jetzt sind wir da Passend noch nicht im Song, sondern quasi im Intro Ich muss hier nochmal kurz Okay, alles klar Okay Bestes Standbild Die Augen werden grün Hörst du das eigentlich mit? Den Song jetzt? Wie denn? Dass das so laut ist so Naja, wo kann ich mir da einen Kopf heraufgeben? Okay, komm mit meiner Schwester zusammen Live Reaction auf Knossi Ich kenne es natürlich schon Krone auf dem Kopf Und die Maus in der Hand Können wir non stopp Im Internet Ein Gott Vielen Dank für 300 Bits Denny270 Leute, alle Tabs hier von Knossi natürlich mal in den Stream hier rein In den Stream hier rein Richtiges Trophelied Was ganz geil ist Ich habe mir die ganzen Instastories von Knossi angeguckt Spielen die halt alle im Club Du siehst komplett den Club Mit hunderten von Menschen völlig am ausrasten und so weiter Und einfach nur Alge im Hintergrund Muss ich mir auf einer G-Klasse Auf jeden Fall gehen wir mal ein paar Storys machen Ich kann es schon mitsingen Ist nicht so schwer der Text Ist nicht so schwer Alge, Alge, Alge Scheißflosse, Drecksflosse Alge, 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 Alge Oh, Baby, es ist Klosse Alge, 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 Alge Scheißflosse, Drecksflosse Einlauf Alge, Alge, Alge Oh, Baby, es ist Klosse Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Bin ich zu... Ich finde es geil, dass er halt so Insider-Dinge halt eingebaut hat Die halt die Leute kennen, die ihn halt im Stream verfolgen Und so weiter Alge Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Wir bleiben drin Alge Wisst ihr, was mir ganz... Jetzt mal retalk Ähm, genau diese Stelle Äh, kommt mir jedes Mal ein anderer Textteil in den Sinn Und zwar, pass auf, nochmal Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Wir bleiben drin Wir bleiben drin Und jetzt kommt für mich automatisch die ganze Nacht Aber das kommt nicht Alge Aber das würde super passen Ich hab so ne Texterweiterung Das ist einfach meine Version Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Wir bleiben drin Die ganze Nacht Alge passt auch so, weißt du? Aber irgendwie die ganze Nacht so Wir bleiben drin die ganze Nacht Die ganze Nacht ist diese Schwach Die Nacht ist keine Ahnung Möch Em, im Making of hab ich gestern Hat äh, glaub ich gestern im Stream angeguckt Haben sie erzählt, dass äh Finch asoziat sich die, die Schuld ausguckt hat beim Videodreh Die haben irgendwie beim, beim, beim Drop oder so Hat er so die Schuld durchgerissen Und dann Von die Schulter einfach draußen Musst du den Krackwagen holen Deswegen ist er nur in so ne kurzen Szene drin Wenn man ihn im Kennfall hat, man das glaub auch mal ist. Wenn ich zu laut, dann bin ich zu schwach. Bunker auf. Bunker auf. Wir gehen rein. Und wir bleiben drin. In Englisch I'm the King. Diese Zeile ist auch so geil. In Englisch I'm the King. Es ist der König, der Meister, der Chef. Eins in den Chat, eins, eins in den Chat. Ja, kann man sich schon Mut geben. Ist schon witzig. Gut produziert. Ich glaube, das wird auch so ein Ding, das wird in den Klubtoren runtergespielt und Leute rasten einfach aus. Ich will noch mal. Alge, 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 Scheißflosse, Drecksflosse. Alge, 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 Oh, Baby, es ist Knossen. Ja, ist halt so schön palmig. Bin ich zu laut, bist du zu schwach. Bin ich zu laut, bist du zu schwach. Bin ich zu laut, bist du zu schwach. Sie fritzt meine Gedächtung. Oh, da sind sie. ALGE! Ja, Leute, gönnt euch Streams auf Spotify, Amazon Music, unlimited was auch immer. Ja, wer es feiert. Ich finde es witzig, ich finde es gut. So, liegt natürlich auch daran, weil ich Knossi halt auch selber gucke und irgendwie sehr witzig finde und man die ganzen Insider kennt. So sieht's aus, Leute.